Steht und denkt nach. Jetzt wippt sie. Na, sie wippt eben. Jetzt kommt sie. Und das Haus wollen sie verkaufen? Ja. All diese... Erinnerungen, das quält einen doch sehr. Verstehen Sie? Na gut, komm. Das ist der... Der Dingsbums. Der Bestatter aus Fronau. Was mich jetzt nur wundert ist... Frau Bierbichler... ...hatte denselben Bestatter wie Sie. Zufälle gibt. Kennen Sie die? Nein. Und diese Frau hier. Wer soll das sein? Die hat mal in einem Film mitgespielt. Wollen Sie den mal sehen? Ach, den kennen Sie schon. Warum fragen Sie mich das alles? Was wollen Sie von mir? Die Wahrheit zur Abwechslung? Ich war in Paris. Es gab einen Unfall. Oder wollen Sie sagen, es hat Ihnen jemand vom Brett geschubst? Hat Ihnen denn jemand vom Brett geschubst? Haben Sie für ihn gekocht? Ich kann nicht kochen. Er hat gekocht. Roulade mit Gurken? Ah, sehr, sehr gern. Falscher Hase? Roulettenfraß, nicht er. Warum haben Sie geheiratet? Was gibt Sie das an? Ich ermittle in einer Mordsache. In welcher Sache denn so? Ilona Pöschel. Die kenne ich nicht. Die Frau aus dem Film. Ihr Mann hat sie gegessen. Sie sind ja widerlich. Muss nicht manchmal sein. Er hat... Also entschuldigen Sie, Martha. Ich will einen Anwalt sprechen. Brauchen Sie einen? Wie kann Sie auf Luzi Feinstein? Ich kenne keine Luzi. Den Totengräber habe ich aus dem Telefonbuch. Ist das verboten? Sie haben ihn verfeuert, den Totengräber. Stimmt's? Das ist ungeheuerlich. Sie sagen es.